Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir machen jetzt eine Papyrus Rollen Mission, die heißt Sackgasse. Und im Nomos Neret Reset, nördlich des Tempels von Letopolis, findest du mich im Ackerland. Ich liege, wo eine menschliche Schöpfung das Nilwasser zum Wüstensand bringt. Okay, gerade ich bin jetzt schon mal dahergereist, nach Nomos Neret Reset, nördlich, das kann dann nur da irgendwo sein, ich will mal da her markieren zu den Feldern. Und dann schauen wir mal, das kann nur ein Kanal oder was sein. Die Menschen haben das gebaut, die das Wasser transportiert. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. So, da sind die Felder. Ja, ja. Wir steigen einmal ab. So. Dann schauen wir mal. Okay. Das ist ein Wasser. Das ist nix. Ah, da ist ein Kanal. Aha. Seh noch. Aha, warte mal. Okay. Da schauen wir mal her. Ja, aber das ist ja trocken. Noch einmal. Findest du mich im Ackerland? Achso, im Ackerland. Ich liege, wo eine menschliche Schöpfung das Nilwasser zum Wüstensand bringt. Im Ackerland. Gut. Schauen wir mal da rauf. Das ist ein Kanal, aber der ist ja tot quasi. Ah, da ist nix. Da ist nix. Ah, da ist noch ein Kanal. Mit Wasser. Und laufen wir mal da ins Gang. Hey, da ist schon was. Super. Gelöst. Kriegsbogen. Und der Geld. Super. Dann war's das. Ich zeig's euch noch einmal. Da, wo ich stehe. Aha, ja. Da, wo die Felder sind. In Nomos, Neret, Reset. Genau da. Da ist zu finden. Okay. Und heißen tut es. Jetzt heißen. Super. Achso, jetzt hab ich ja schon Sand mehr. Na. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie's heißt. Das gibt's ja nicht. Ah, da unten ist mein Gott. Sackgasse hat's geheißen. Gut. Okay. Dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen auf ein Like und ein Kommentar. Tschüss. Ich bin raus.